Hallo, ich bin in Wien in der Donau City. Ich möchte euch kurz ein paar Impressionen zeigen. Es ist zehn Minuten vor eins. Ich bin seit 12 Uhr zum Mittag in Wien. Ich bin mit dem Zug von Wiener Neustadt nach Wien gefahren und bin zuerst einmal mit der U-Bahn in die Donau City gefahren und heute am Nachmittag habe ich um fünf Uhr in der Wiener Innenstadt meinen Aerial Hub Kurs. Das ist der Echow Massima Aerial Hub. Da erbäufe ich mich. Also hier bei der Donau City befindet sich auch die Uno City bekanntermaßen. Leider ist das Wetter heute nicht sonderlich schön. Ich bin sehr bewölkt, ein bisschen windig. Ich hoffe, es kommt heute kein Regen. Also es wäre auch schön, wenn heute noch die Sonne rauskommen würde. Ich werde heute Nachmittag mit der U-Bahn und mit der S-Bahn bis ich meinen in der Innenstadt habe. Ja, mit der U-Bahn und mit der S-Bahn werde ich durch die Gegend fahren. Weiß ich noch nicht genau wohin. Sicher mal nach Floridsdorf. Dann, also ich weiß noch nicht wohin. Werden wir sehen. Also bis später. Ciao. Ciao.